Ludwig III. Der Jüngere war der zweite Sohn von Ludwig dem Deutschen und Hämmer. Ihm wurde bei der Reichsteilung seines Vaters 865 Dekasekunden größte ostfränkische Teilreich zugewiesen. Das aus der ostfränkischen Fransche Sachsen und Thüringen Bestand 870 kam mit dem Vertrag von Mersen auch das östliche Lotharingien hinzu. In all diesen Gebieten übernahm er nach seines Vaters Tod 876 die Herrschaft. In der Schlacht bei Andernach am 8. Oktober 876 schlug er den westfränkischen König Karl den Kahlen und beendete dessen Expensionsversuche nach Lothringen. Mit den Enkeln Karls des Kahlen, Ludwig III. und Kahlmann kam es 880 zum Vertrag von Rebemend durch den Ludwig auch die Herrschaft über das westliche Lotharingien erhielt. Nach dem Tode seines Bruders Geilmann 880 bekam Ludwig außerdem die Herrschaft über das frühmittelalterliche Königreich Bayern. Ludwig der Jüngere hatte keinen ihn überlebenden männlichen Nachkommen, daher fiel sein Herrschaftsgebiet an seinen Bruder Karl III. den Dicken. Er wurde im Kloster Lorsch begraben. Ludwigs Verlöpnis mit der Tochter des Seneschals Adaihard wurde 865 auf Druck seines Vaters wieder aufgelöst. Er heiratete vor dem 29. November 874 Ljodgara von Sachsen, eine Tochter des Grafen Liudolf aus dem Haus der Liudolfinger, sie wurde in Aschaffenburg beerdigt. Ludwig und Ljodgat hatten zwei Kinder. Ludwig 879 durch Sturz aus einem Fenster. Hildegard, die 895 wegen einer Verschwörung gegen König Arnulf ins Kloster Frauenkämsee verbannt wurde. Darüber hinaus hatte Ludwig III. einen unehelichen Sohn, Hugo, der bei Timion gegen die Normanen fiel und im Kloster Lorsch beigesetzt wurde.